auf geht's ich ball auch schon mal rum jo das ist gut ich höre doch schon wieder irgendein wasserteufel hier oder ja ich finde das auch so einer der übelsten charakter hier in dem spiel gerade wenn er vor dem weg läuft ich will auch nee alles gut ich hatte kannst ja die fischkadaver schießen genau hier ist noch munition da ist nur kompakt munition ja kompott ist nicht so gut ne kompott hier mein freund oh gott das arme pferd stimmt ich hätte auch den typen killen sollen ja das pferd war jetzt auch nervig oh er hängt fest ist gut alter haben den einschlag muss er noch mal mit geben vor sich hinter dir oh gott ich muss ja hab mal schnell gerettet hier das ist sehr gute arbeit so wo laufen wir denn weiter alter alter das soll der knall bam weg war's ich hab wieder eine elefantenbüchse hier ist wieder so ein item ne ah ja kann ich leider nicht nehmen jo ich hab einmal verbrauchsgüter genommen oh was war das denn was denn was hat sich so angehört als einer geschossen hätte ja irgendwas habe ich auch gehört aber ich weiß nicht was es war hat sich echt komisch angehört so gerade im nebel da sehen wir doch wieder nix oh gut getroffen mhm oh da sind gegner da geradezu mhm einen habe ich erwischt ah er hat mich erwischt weiter klar sharky on tour sind es drei oder zwei ich glaube zwei ich glaube zwei Alter so ne scheiße es reicht's oh nein Alter Alter ey diese Zombies ne ja ja geil ist das denn das ist ja geil Alter der Zombie hat sie platt gemacht ja das ist ja geil das habe ich auch noch nicht erlebt so ne ja das war super ja also ich habe das ja mal miterlebt hier mit mit dir zusammen hier mit der Schwarmmutter irgendwie dass die da den einen Gegner gekillt hat aber oder fast ne ne doch hat ihn gekillt dann haben wir die Punkte hinterher nicht bekommen stimmt ja für die hier kriegen wir jetzt auch keine oh aber vielleicht kann ich ja was neben mir was hat sie denn schönes hier oh 150 Dollar habe ich bekommen sehr gut aber die hat auch nur eine Einschusswaffe hier ne genau oh ich habe keine Munition mehr bei für das Gewehr ich glaube hier gibt es ganz viel Munition ah das ist gut alter da haben wir echt Glück gehabt definitiv ja oh sehr gut das ist ja wie Weihnachten hier so können wir erstmal schön nachladen hier oh sogar Heilung gibt es hier hätte ich mir gar keine Spritze geben müssen ja stimmt ich auch nicht ok lauf mal vor warte ich gucke ja ok oh das war doch schon mal sehr gut das war auf jeden Fall hat der Zombie den voll weggekippt naja haben wir den zweiten eigentlich auch geplündert oder nur den einen also ich schon ok willst du den auch noch plündern ja machen wir später ist ist jetzt nicht so wild ja Vorsicht die Mordler oh das war es schon alter wie er da liegt ja die hatte echt Dampf oh die ist die Spinne schon oh können wir sie ja gleich bearbeiten jo ich bearbeite hier nochmal den einen Typen hier ja ich weiß aber auch nicht genau wo die ist ah hier drin kommst du da ja ja bis jetzt ist noch alles friedlich jo ich hab ihn ja dann lass uns mal die Spinne bearbeiten mhm mhm ich hab auch noch ein Immortler ich hoffe der hat uns nicht gesehen ob sei der bricht nicht durch die Tür äh der fehlt mir auch noch alter was war das der Immortler ach du scheiße da war nämlich noch einer ok er hat mich angekokelt ja mich auch ey so ein Drecksack so und wo ist jetzt diese blöde Spinne wo rennt die hier rum ich hab keine Ahnung ist sie unten irgendwo ich geh mal unten guck boah hier ist ja auch überall Munition ey sehr gut ich weiß nicht hier ist sie ah sehr gut es ist Mistvieh stimmt hier da hinten irgendwie krabbelt sie rum ne ah ich seh sie ach Mist aber du hast sie trotzdem getroffen ja stimmt sie brennt ah hier ist auch ein gelbes Fass was wir anschießen können falls sie da in der Nähe ist alter mal gucken wo ist er denn ach da unstreng ja oh die hat mir schon wieder so ein scheiß Giftpfeil zugeworfen wo ist sie denn ne hier irgendwie ist sie oh scheiß Gegner sind drin ne oh oh ich bin tot scheiße bleib bloß da du blöde Spinne ich hoffe die Spinne macht die platt ja der Immortal ist auch da geil guck mal also die die wache die 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 Untertitelung des ZDF, 2020